was eine scheiße ich hoffe ich krieg jetzt die nach lebensenergie bei den basen raus bitte mal eine fee oder so also die eisigen kenne werden wahrscheinlich erkannt und herren würde ich nicht tausend davon kriegen ich würde nicht rausfinden was ich hier tun muss erstmal das hier wohl aha ok okay dann vielleicht mit den glutkern anschießen oder so wenn du das bist nein auch nein jetzt nicht wieder mit so scheiß ich krieg die items immer nicht gut geswitcht bei sowas oh mein gott bitte bitte konzentriert nicht einer das ist jetzt richtig wichtig dass diese scheiß nicht richtig hinkriege alter ist richtig ist richtig ich habe schon mal raus was ich tun muss aber jetzt muss ich eben auch hinkriegen verdammte scheiß noch eins ich muss mich jetzt nicht muss wahrscheinlich die ganze zeit das itemwechsel jetzt und dafür die vollste konzentration jetzt müssen ich kann mir nicht vorstellen dass das alles ist was ich zu tun habe weil er diese eiszöpfen auch so lange im bild lässt aber das funktioniert ja gerade irgendwas ich tue irgendwie funktioniert das was ich gerade tue was erstaunlich ist ich glaube das hauptgebiet bei dem boss ist immer trotzdem finden was du zu tun hast ich bin tot der greift mit feuer an während ich da oben bin er hat mich gekillt das hauptgebiet bei dem boss ist er hat mich schon wieder ich will das ist jetzt nicht probieren was machen kann ich weiß es nicht ich probiere weiter so es funktioniert ja erstmal irgendwelche gefühlt dankeschön vielen dank drei herzen weniger ist voll okay wenn ich die was richtig machen falls ich ihn richtig mache ist hier das große ding ich weiß nicht ob das was ich tue ausgleich damit zu können wir in den schaden und hört uns er nimmt auf jeden fall schaden und dafür nicht tun also muss das ja richtig sein muss so die lehrer sich machen ich muss richtig sein muss richtig sein erst mal die kerne drin lassen nicht dass ich jetzt auf feuer wechsel die verschwinden dann werden das oder so eine scheiße ja wie gesagt es ist ein bisschen nervig jedes mal das item so auszutauschen aber wenn das das ist was du machst und was man machen muss dann ist das so wie gesagt ich muss mich hier hoch konzentrieren nicht das falsche item auszulegen immer einfach schön schwert und das ding hin und her wechseln gar nicht erst zum saatbeutel rüber gucken so kannst du nicht das falsche auswählen habe ich getroffen gut habe ich gehört hier ist eigentlich super einfach du musst auf den stanz bleiben immer schön feuern ja jetzt wieder zurück wechseln nein ich wundere dass wir immer nur so einen eistapfen raus war doch da auch noch irgendeine relevanz dahinter steckt jetzt weiß das doch wieder das falsche aus wenn ich bin so ein held für so ein fucking hell man konzentrieren konzentrieren immer den rhythmus beibehalten irgendwie ist das jetzt schon und habe ich nicht getroffen während der sich gerade so hin und her verwandelt war es wird nämlich sehr bei diesem ein eis Das ist echt nix scheiße Faltes item Jetzt kommt der eiszapfen unter mir raus. Ich bin so am Arsch. Ich bin jetzt genau in der Falle Habe ich hier schon getroffen mit dem Link? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin tot. Der macht zu viel Schaden. Ich kann ihn jetzt halt nicht ausweichen. Ich bin tot. Ich bin wieder tot. Ich hab mich wieder. Ich hab mich schon wieder erwischt. Fahre Arschen. Das war's. Er hat mich. Er hat mich. Das war's. Game over. Wie oft muss man das bitte machen? Wie oft muss man das bitte machen? Wie oft muss man das bitte machen? Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß, dass das falsch ist. Ich seh das. Ja, hat mich wieder gekehlt. Sehschön. Versuch Nummer 3. Ich muss auf Entfernung bleiben und hoffen, dass er mich nicht angreift in der Zeit. Ich weiß es nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss wieder weg springen. Ich muss wieder weg springen. Ich bin jetzt viel zu nah dran. Ich bin jetzt wieder viel zu nah dran. Was ist ein dummer Kampf? Wirklich. Also sorry. Ich mag die Idee an sich schon, aber... Es ist weird einfach. Es ist weird. Ich bin jetzt ein dummer Kampf. Trotzdem mag ich den noch lieber, als den Drachen als Endboss des siegten Dungeons. Der war echt einfach nur dumm. Warte, was? Was war das denn gerade? Ich hab den ganz bestimmt ganz gesehen. Immer stimmt hier nicht. Immer stimmt hier nicht. okay ich habe doch gesehen dass ich etwas falsch mache wer macht hier was bestimmtes in den wingen glaube ich da war gerade so ein mini ice teil was habe ich da gemacht was war da gerade aha aha natürlich 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 of course of course habe ich was falsch gemacht ich muss also wenn er das macht irgendwie das eis ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich muss jetzt irgendwie so angreifen und dann das klein machen ich verstehe nichts die schritte um diesen gegen das zu versiegen sind so weird irgendwie das war alles du musst den zweimal mit dem eis ding abwerfen und hast ihn besiegt du musst den zweimal mit dem eis ding abwerfen und hast ihn besiegt das war der ganze kampf dann das ist ja eins zu eins genauso schön wie der fünfte endboss wo ich den die ganze zeit falsch gemacht habe und deswegen so lange bist du noch dieser komische kugel augen gegner wo ich die kleinen dinge mit der kugel abge ja ich dachte ich habe die ganze zeit gesagt mache ich alles richtig fehlt mir doch noch irgendeine information bei den gegnern das fehlte mit hat sich nicht irgendwie nicht alles richtig hallo was ist denn das jetzt schon wieder hier ich treffe das nicht alles mein gott dankeschön es fehlte also ernsthaft noch irgendwas was ich da machen muss so bei den gegnern und das habe ich durch zufällig durch zufall gesehen dass ich irgendwie ein eiszapfen klein war ich habe auch die ganze zeit gesagt mir fällt das so komisch auf dass er immer nur einen eiszapfen raushaut in der eisform warum macht er das ich wusste an dass das irgendwie eine bedeutung haben muss okay das ist jetzt ein rätsel ich muss die eisdinger darauf bewirken also ich sehe schon mal dass ich den hier ganz bestimmt der art und weise verschieben kann ob das reicht für das rätsel weiterlich man kann eben so schieben und das wollte ich nicht tun dankeschön spiel habe ich jetzt einmal ein bisschen zu hoch gerutscht und habe den oberen leider verschoben zu werden aber auch nein ich denke schon dass das richtig ist dass ich die doch eine bestimmte weise die wege ja was heißt jetzt warum gräbe ich mich so dem miniboss jetzt erst das dritte mal so geschnallt zu haben es ist halt ein weirdes ding gewesen dass die dank an und kernen auch noch extra den eislaufen verscheidern muss das ist halt was was man nicht auf dem ersten versuch macht ne so wie funktioniert das jetzt wie krieg ich einen in die mitte das ist natürlich auch wieder der muss irgendwie was blocken ja so irgendwie ich war eine eine bringt mir nix ich versuch es mir herzuleiten aber kannst du vergessen also den da rechts bewegen wie da auch nix also ich das einzige was ich sehe wäre jetzt so und dann die noch mal da das ist ja auch nix ne das ist falsch oh mein gott einen in die mitte zu bewegen ist am schwierigsten einen in die mitte zu bewegen ist am schwierigsten theoretisch könnte man so machen dann gehen runter ich bin auch nicht so dass der genau an der wand dran also dann wenn ich das so mache ist der genau so da dran dann krieg ich ihn auch nicht nach rechts bewegt ist aber auch falsch oh wow ich dachte für mich dass ich jetzt noch ein pokémon schieberätsel hier finden würde in dem spiel aber so ist das wohl ich kann das doch so machen wie vorhin aber dann gehen halt unter das 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 ich da dann weitergemacht an der einen stelle gut aber hat er zum mit relativ schnell funktioniert das ging schneller als den minibus zu gehen oder unten muss ich nicht hin da bin ich bloß von diesen teilen ja gefangen das war klar ich wollte auch nicht nach unten stelle ich vor auch eine förderbahn der wirklich wissen was ich wirklich wissen ach so ich komme doch nicht hoch ich komme ich dachte ich komme ich so hoch aber vergessen mal ich kriege zu viel schaden weil sowas dumm kriegt viel zu viel schaden weil sowas dämlich und noch ein raum als so schön war ja geil und ich dachte noch fünf mal bitte es ist eisboden es ist verdammter eisboden ich muss hier auch nicht ich muss noch höher ich bin am arsch ich bin am arsch das war schon wieder das war es ich muss höher als das hier ist das nicht einfach nur es ist also dass man zwei löcher hat und du musst über das oberen nehmen ja dann bin ich ein bisschen mehr die mich zu aber ich kann es nicht kontrollieren ich kann es nicht kontrollieren richtig ich kann so eine scheiße also wirklich junge ist einfach über geflogen war alles frage er ist einfach über alles gerade rüber geflogen was ein idiot der ist gerade überall zu mir geflogen